Hey Leute, ich bin es, der Martinator. Ich bin wieder live. Was ist denn die One-Chip-Challenge? Ist das nicht gefährlich? Ja, letzte Woche ist einer daran gestorben. So schlimm sieht das gar nicht aus. Ach, was soll schon passieren? Hier drin ist es echt heiß. Hat jemand die Heizung aufgedreht? Ich brauche dringend Wasser. Oh Mann, mir geht das gar nicht gut. Hallo, ich nehme einen Chip für die One-Chip-Challenge, bitte. Bist du dir sicher? Ja, wieso? Naja, die Dinger sind echt scharf. Hältst du mich für ein Weichei oder was? Nein, das meine ich nicht. Ich nehme zwei. Mach dich bereit, Chip. Gleich wirst du gegessen.